Was auch immer vom Himmel gefallen ist, ist direkt hier drüben gelandet. Es sieht sich an wie ein mehrfacher Überschallknall. Um 0900 wurde das Saxon-Ford-Hauptquartier in Katar angegriffen. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieses Geräusch. MH3, Pilot, stellen Sie die Triebwerke ab und lassen Sie die Besatzung raus. Oder wir eröffnen das Feuer. Oh mein Gott. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020